ja und damit herzlich willkommen zurück zu tanzia hier bei explorer ep schön das eingeschaltet hast wir schlagen uns ja hier durchs dörf schön bis jetzt also in der letzten folge haben es ja das öfteren versucht ein paar mal gestorben aber nur jetzt haben wir keinen mana mehr ich könnte mir zwar einen drang machen der mana regeneriert habe ich jetzt gerade eben gesehen aber nein waffen kulo ja genau das haben sie noch vollgeheilt wasser schweinepriester ja das können wir vergessen wo kommen wir denn jetzt wieder letzter speicher punkt oder katapultiert er uns wieder aus dem dorf katapultiert uns wieder aus dem dorf die sind wieder da habe ich keinen bock drauf ist ziemlich blöde ist kein vorankommen das fakt ab liebe leute was brauchen wir denn für den mana regenerations trank wer bist du denn villager get closer to intake wir können ja mal hier unten gucken ob wir vielleicht eine quest übersehen haben wenn nicht versuchen wir uns mal diesen regenerations trank zu machen weil den kann man natürlich nur am alchemie tisch machen und da war jetzt in dem dörfchen keiner abgreifbar aber ich sag mal wenn wir jetzt mana haben bzw regenerieren dann haben wir auch eine reelle chance so hattest du noch eine quest für uns wir schauen mal eben hier rum sind die normalen villager get closer vielleicht hat er uns noch was zu sagen okay dafür haben wir jetzt kein geld dafür haben wir die rüstung gekauft ich idiot ahoy dann gehen wir mal unten gucken was mit ihr wir haben die katschte best fisch das war er mit den krabben hat nichts mehr neues für uns wir kaufen nichts ich habe kein geld 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 auf der fireballs ja haben wir schon gemerkt du bist billiger die haben uns nichts zu sagen captain son ob er noch was zu sagen hat du bist rock master okay nix gut dann schauen wir mal eben was wir für diesen mana trank brauchen wo war der tisch ansonsten ich hatte ja letzte oder vorletzte folge sowieso vor nochmal hinten zu einem spot zurück zu gehen wo zwei kisten jetzt respawn sein könnten das war ich mir ja die nummer sieben war das krebshell splinter sodium humwheat make the users generate mana for two minutes zwei stück aber von denen die haben wir doch gekriegt ein ein bissel bitte ist speed mana portion 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 fokus das sind jetzt andere dann können wir uns ja mal ja das ist der regenerierungs gedönster okay wir gehen aber jetzt trotzdem mal eben dann dahin es ist ein bisschen weiter weg können ja mal hier am portstein gucken wie weit wir in die richtung kommen vielleicht können wir da in den kisten noch irgendwas raus holen was uns weiter bringt so lass mal gucken ja was haben wir turtle beach the village super okay so ein kleines stück weiter dann gehen wir mal hinten schauen im dorf haben wir gesehen sind mindestens zwei bosse mindestens zwei bosse so dahinten müssen die loot kisten sein wenn sie dann respawn sind das wissen wir natürlich nicht ja schildkröten haben wir auch noch den auftrag drei auf einen streich törtelbosch die brauchen wir doch um den trank herzustellen ok kisten scheine ich zu respawn doch dann ist meine dann haben wir die wahrscheinlich beim letzten aber sehen was schon mal haupt hallo ich bin jetzt mal so wo es keine mana verschwenden sie ist dann aber eine kiste übersehen hier stand nämlich zwei wo er jetzt versteht wird komm und der gate auf luck was tut denn das stellen you can't use that comment the gate of luck press 50 kritik kritischer loot plus fünf prozent was aber den können wir jetzt nicht einfügen ja wir müssen wieder an die workbench runter verwandt verwandt juta natsch mal wieder richtung dorf nehmen dann sträucher dies mit ich können wir uns nur ein zwei von dem mana regeneration stränken braun weil zwei sind ein bisschen wenig nein voll die aggressiven schildkröten haben hier voll die aggressiven schildkröten da kommt ihr nicht durch ich habe gerade gedacht hier wäre auch eine kiste drin die laufen uns nach hier ist keiner hier ist keiner hamwich you can now make clarity total brush nein geht weg ihr stinkt nach fisch da will ich nicht schreien falls die dicke wieder da ist the big one blöd dass wir jetzt nur die quest haben um dieses verkackte dorf zu gehen okay er hat keine quest für uns wie sie hier oben durchschieten. Nein, wollen nichts kaufen. Schlupp, schlupp, schlupp. Ich glaube, das ist nicht da, sonst hätte er uns jetzt schon angegriffen. Oha. Oha. So, jetzt müssten die eigentlich von uns ablassen. Wenn wir dann in einem neuen Gebiet sind, kann man das hier pflücken? Nein, immer noch nicht. Explorer, immer noch nicht. Okay. Tja, gucken wir mal, ob wir noch ein, zwei Tränke herstellen können. Sonst, wir haben ja nur die blöden drei Quests jetzt. Ich weiß nicht, ob wir im Dorf vielleicht weiterkommen. Nummer 7. Crabshell fehlt. Crabshell Sprinters. Müssen wir jetzt Krabben töten? Kriegen wir das von denen? Hallo? Okay, von hier schon mal nicht. Okay, schon tot. Ja, von denen kriegen wir das. Dann werden wir noch ein paar mehr killen müssen. So, die ist schon tot. Hallo? 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 Keine. Auch keine. Krabben killen. Erst retten und jetzt killen. Mann, das geht so nicht. Oh, war nicht. Opfer. Opfer. So, hier drüben müssen wir ja auch noch Krabben. Tja, hätten wir mal anstatt der Rüstung vielleicht die Spells gekauert. Das nützt ja auch nichts ohne Mana. Also von daher haben wir schon richtig gemacht. You can all make invisibility. Will ich aber nicht. Wir wollen mal eine Generation. Not soon. Okay, wir wollen noch XP. Ich sehe gar nichts. So. BAMS. Wir in die Tastenhaut hier. So. Nein, ein einzigen. Nein, ein einzigen. Können gleich dahinten mal gucken gehen. Jetzt sind wir schon mal hier. Monster-Kirre. Monster-Kirre. Was? Mach mal ein Musikspiel. Please make music. Okay, kriege ich von dir noch einen. Zufrieden. Müde bin ich. Geh zur Ruhe. Schließe meine Äuglein zu. Hier ist nichts. Gleich hinterm Baum. Na? Na? Ja, okay. Ja, wenn das mit diesen Regenerationstränken jetzt auch nicht hinhaut. Ja, Kinders. Dann weiß ich ja nicht. Dann bin ich mit meinem Latein auch am Ende. Es ist nein. Das blöde ist, auch wenn die jetzt nicht reichen, wir stehen dann vor dem Boss und haben keine Mana mehr. Wir müssen zurücklaufen. Was passiert? Die Respawn. Kannst die ganze Kacke wieder von vorne machen. Aber ich glaube, da würde ich eher sagen, dann beenden wir das Let's Play, weil das ist dann alles kontraproduktiv. Und schauen dann vielleicht mal zum späteren Zeitpunkt wieder rein. Ist auf jeden Fall ein schönes Spiel. Macht mir sehr viel Spaß. Obwohl wir nicht mal ansatzweise irgendwas gesehen haben. So. Okay. Auf, wie geht's. Können wir den großen Mana-Trank denn herstellen? Wie heißt denn der? Mana-Trank. 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 See invisible. Lassen wir mal lunchen. Der User becomes to all. So. Äh, kann man nicht. Okay. Können wir denn jetzt hier noch Mana-Trank kaufen? Rezept? Ja. Nee, haben wir alles gekauft. Können wir ein Spell kaufen eventuell? Kostet 100. 100. Ähm, Spell? Spell? War das bei ihm ja? Nee, ne? War nicht bei ihm. War bei diesem Trainer. Trainer. The Trainer. Aber. 250. 400. Thunderclap. Äh, macht AE-Schaden. 6-10 Schaden. Instanz. Vorab. Instanz alle für 8 Sekunden. Stun ist natürlich eine geile Sache. Thunderclap. So. Würde ich sagen, so, ne? Ja. Jut. Auf ein neues. 7 Tränke haben wir jetzt von denen. Spicer. Jetzt hauen wir den von Latz da. Oder die uns. Hm. Der große Mana hat dran. Da bin ich mal gespannt, wenn der jetzt auch Mana abzieht, dann haben wir echt einen Fehler im Spiel. Dann haben wir einen krassen Fehler im Spiel. Jut. Dann würde ich sagen, machen wir hier einen Cut. Und in der nächsten Folge rasieren wir uns jetzt hier durchs Dorf, hoffe ich mal. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Und ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Schönen Abend, je nachdem, wenn du die Folge siehst. Und sage Tschüss, bis demnächst. Bye, bye und ciao, ciao.